Ich hab mir gedacht, das ist ja Sommer, wir hatten schon ewig keine fette Sherry-Suppe mehr im Glas, deswegen hab ich mir heute mal wieder ein Android Hour, 10 Jahre von Signature Vintage Gold, ihr wisst ganz genau, wie die Dinger aussehen, das ist Cola pur und ob das Ding überhaupt schmeckt, das finden wir gleich zusammen raus, nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z, ich bin heute wieder unabhängig abgefüllt unterwegs, hab für euch von Signature Vintage ein Android Hour, 10 Jahre aus der Unchill Filtered Collection und jeder, der auf dicke Sherry-Suppen steht, kommt an den Dingern hier nicht vorbei, ihr seht schon, das ist eigentlich richtig dunkel normal, da kann man gar nicht durchgucken, aber durch den kann man tatsächlich ein bisschen durchgucken. Die Dinger kommen regelmäßig raus, heißt also, das kriegst du immer, nur halt nicht immer mit dem gleichen Fass und ich hab für euch heute die Fassnummern 521, 527, 528 und 529 abgefüllt mit 46% und destilliert in November 2013 und gebottelt im Februar 2024. So, und wie gesagt, ich hab davon auch so für mich privat auch schon mal welche geholt und ich hab noch eine Abfüllung von, boah, jetzt geht der Verschluss schon wieder nicht auf. Ich flipp irgendwann aus. So, jetzt hat er verloren. Ich hab privat auch für mich so eine Abfüllung noch für schlechte Zeiten, wo ich einfach gesagt hab, irgendwann hab ich da mal Bock drauf und das ist auch eine Abfüllung, da hab ich so gerade so angefangen, mir so die ersten Whiskyflaschen zu kaufen und wie gesagt, die hab ich mir gedacht, komm, die behältst du einfach mal und irgendwann, wenn du Bock hast, machst du die nochmal auf und das war wirklich so eine Fassnummer, die sehr gesucht war. Das war Fassnummer 49. Also früher waren das auch schon mal Single-Cask-Abfüllungen, nicht verschiedene Batches, ne? Jetzt haben wir wirklich mehrere Fässer, die zusammengekippt worden sind, also quasi ein Small-Batch, aber früher, und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so gemacht wird, gab's die halt auch mal wirklich als Single-Cask-Abfüllung und vielleicht für, ich hab, glaube ich, unter 50 Euro bezahlt. 44,90 Euro, 40 Euro, irgendwie sowas. Jetzt blätterst du so zwischen auch 60 bis 70 Euro, würde ich sagen, ungefähr hin, je nachdem, wo du halt guckst. Manchmal auch für knapp unter 60, aber in der Regel bist du, glaube ich, schon hier auch bei 67, 68, 90, manchmal 63, 90. Also sehr unterschiedlich, welche Fässer das anscheinend auch sind und was das für Abfüllungen sind. Gut, aber 46% Trinkstärke, das Ding ist natürlich nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, aber ob das auch schmeckt, weil, wie gesagt, im Sommer dicke Sherry-Suppen muss nicht immer schlecht sein, ne? Wir haben übrigens First-Phil-Oloroso-Sherry-Buds, also hier könnt ihr es nochmal sehen, quasi wie bei den Small-Batches, da sind auch First-Phil-Oloroso meistens dran beteiligt. Nicht immer, aber sehr häufig und ich würde sagen, wir halten mal das Näschen rein und gucken, was wir beim Glas haben. Los geht's, Kinders! Ja, klassisch, würde ich sagen. Hallo, hallo Sie, Sie mögen Sherry? Dann sollten Sie das hier trinken. Also es riecht super krass nach Rosinen, es riecht nach gerösteten Haselnüssen, es riecht nach getrockneten Früchten, es riecht nach roter Grützes, es ist einfach extrem brettig voll mit Sherry. Aber, auch wenn es sehr, sehr intensiv wirkt, finde ich, riecht man hier immer noch, dass man Whisky im Glas hat. Oh, ich hab da wieder einen Flusen drin, den muss ich nochmal da rausfischen. Das ist so dieses, es gibt ganz oft diese Dinger, da riechst du dran, da weißt du genau, okay, das könnte auch nur Sherry sein, der einfach viel Alkohol hat. Aber ich finde, der hat hier immer noch so einen dezenten Whisky-Charakter. Ich würde sagen, es ist Oloroso mit dezentem Whisky-Charakter. Aber keinerlei Schwefel oder so ein Kram, also das ist hier nicht mit drin. Hat noch so ein bisschen was von so einer Mango. So ein bisschen Mango kriege ich da auch noch, aber es ist so eine, so eine gegrillte Mango vielleicht, so ein bisschen angeröstet, so ein bisschen Röstaroma mit bei. vielleicht auch so angebratener Pfanne oder so, irgendwie so was in die Richtung. Dahinter kriege ich noch so eine leichte, buttrige grüne Holznote. Ich weiß, klingt abgedreht, aber es ist wirklich, als wenn ich einen frisch angeschnittenen Ast in so eine Butter rein tunken würde. Aber insgesamt finde ich von der Nase riecht das schon mal sehr lecker. Also ein Whisky, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da machst du wahrscheinlich zumindest erstmal so nichts falsch. Naja, muss jetzt auch schmecken, ne? Also, auf euch Kinder, slange. Boah, was ist das denn? Boah, ist das krass. Das kam unerwartet. Also, Nach der Nase, nachdem du gerochen hast, ne, erwartest du eigentlich krasse Süße, aufgeladen wie sonst ward, Sherry Pur. Und du nimmst den ersten Schluck. Es fängt kurz mit dieser Richtung an und dann schwenkt es einfach komplett um. Es schmeckt unfassbar, es schmeckt fast schon rauchig. Es hat einen sehr krassen Zigarren-Tabak-Moment. Es wirkt sehr holzig. Es hat unfassbar viel Holz. Es hat ein, eine leichte, eine leichte Schärfe noch mit dabei, die aber für mich nicht vom Alkohol kommt. Es ist Holz. Er hat einem unfassbar viel Holz. Es geht in eine komplett andere Richtung. Er hat, er wirkt einfach sehr holzlastig. Er hat fast, also gefühlt fast gar nichts mit Sherry zu tun vom Geschmack her. Das, was du erwartest, bekommst du nicht. Du denkst von der Nase her, wow, jetzt kommt richtig geil, süß, Sherry, bla bla bla. Und dann probierst du und denkst so, hä, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist abgefahren. Müssen wir mal einen Schluck probieren. Echt ungewöhnlich. Okay, also können schon mal sagen, wenn man bisher immer gedacht hätte, man kann die Dinger blind kaufen, würde ich bei dem zumindest sagen, sollte man dringend vorher probieren. Das geht in eine komplett andere Richtung, als ihr das gewohnt seid von diesen Abfüllungen. Das ist wirklich, es ist Tabak. Es ist richtig krasse Röstnoten. Es hat richtig, fast einen aschigen Moment, würde ich bald sagen. Du hast, du merkst eine Zigarre. Du hast richtig viel Holz, altes Holz vor allen Dingen. Er ist sehr spicy hinten raus. Du hast wirklich dieses, dieses Prickeln, dieses holzige, du wirst fast vom Holz erschlagen, aber im ersten Antritt denkst du, mein Gott, da kommt, müsste da irgendwas kommen. Und dann haut dich das Holz weg. Also das ist so ein, das könnte, vielleicht sollte das mal was anderes werden. Dann ist für mich gerade die Frage, sollte das eine andere Abfüllung werden? Es ist absolut abgedreht, finde ich. Absolut abgedreht. Ich überlege gerade, was das sein könnte, aber es ist, es schmeckt einfach viel zu ungewöhnlich. Es hat auch sehr viel neues, also wirklich so neues Holz. So einen leichten Virgin Oak Charakter, wenn ihr das, man hat da manchmal so einen ganz leichten Schokoladen-Touch noch da drüber oder so, aber es ist so super ungewöhnlich für so eine Abfüllung. Echt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, oder ob ich das eher schwierig finde. Wenn du dran riechst, erwartest du einen komplett anderen Whisky. Es schmeckt nicht mal annähernd danach, wo Narit riecht. Also, ich kann es mir nicht erklären. Ich finde es abgedreht. Also, vielleicht hat irgendjemand zu Hause auch diese Buddel und kann vielleicht mal seine Erfahrungen damit teilen, aber ich finde, er hat irgendwie was total Ungewöhnliches, was man so eigentlich nicht so kennt. Aber vielleicht ist das genauso wie mit dem Edward Dauer mit der Standardabfüllung. Welcher ist das? Der 10er? Der ist ja auch sehr, der schwankt ja auch sehr von seinem Geschmack, von seinem Charakter. Das ist ja nicht so ein Ding, wo du sagen kannst, den kaufst du und der ist immer sehr ähnlich, sondern ich finde, der ist super unterschiedlich immer. Und vielleicht ist es hier jetzt auch so. Ich weiß es nicht. Ich habe auch so ein bisschen so einen Bleistift-Moment. Wirklich so, als wenn einer so einen Bleistift angespitzt hätte oder sowas. Also, super abgedreht. Wirklich. Also, ich bin hier so, ich sage mal, bei drei bis vier Daumen hoch. Mich stört hinten raus dieses Prickelige. Und was bleibt im Mundraum, ist wirklich, als wenn du einen rauchigen Whisky probiert hättest. Das finde ich so krass. Also, jetzt kein richtigen Peated-volles Fund, sondern wirklich so lightly peated, dezent. So in dem Moment, das ist so das Mundgefühl, was du hast ein bisschen. Echt abgespaced. Mit Virgin Oak dabei. Knaas, gern Feedback in die Kommentare, Liked da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr Bock auf eine Teilung habt und das Ding ihr auch probieren wollt. Direkt hier unten drunter sind die Links zum Bruder Whisky Haus. Da sind meine Teilungen alle drin, da könnt ihr mal gucken. Und würde mich auch freuen, wenn ihr mal bei einem Online-Tasting mal mitmachen würdet. Machen wir regelmäßig auf YouTube und ja, findet ihr auch im Shop beim Bruder Whisky Haus. Also, da sind meine ganzen Sachen eigentlich zu finden und ich würde mich freuen, euch da bald mal begrüßen zu dürfen. So Knaas, jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Verkostungsvideo auf diesem Kanal wieder oder beim nächsten Livestream oder beim nächsten, keine Ahnung was. Ihr wisst auf jeden Fall, wo ihr mich findet. Bis dahin, euer Freddy Mr. Z.